Nürnberg Sollten wir noch mal eine weitere Frage an den Kursen. Das bedeutet, dass sich die Schaden in Wahrheit vermerkt, dass wir heute noch ein bisschen mehr dran müssen müssen. Braucht ihr auch viele Fahrer? Wie viele Fahrländer? Das sind jetzt inzwischen ungefähr 60. Also 60 Touren, weil jeder Fahrer hat einen Sanktransporter. Ich könnte ja auch schwören, wir schmecken alle Unterschiede, woran geht das denn? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also wir haben uns das nicht in Ordnung, weil wir uns hier ganz nett miteinander schmecken. Und dann wird noch ein Jahr mal uns gesagt, wenn wir das rausfüllen, wo man das nicht, können wir gleich das alles nicht. Das ist ein interessanter Punkt.